Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker mit mir, Euren Nyoshi Tendo. Wir spielen heute mal Levels, zwar auch aus aller Welt, aber ich habe ja mal vor langer, langer Zeit auf dieser Lesezeichenliste mir mal diese vier Levels hier mal rauf getan und wir sind bisher noch nicht zugekommen, die zu spielen. Und ich fand die eigentlich ganz schön so vom Design her und deshalb würde ich nochmal vorstellen, fangen wir einfach jetzt hier mit der Bodnet Castle von Bossman an. Ich bin wieder Euren Nyoshi Tendo, vielen Dank, dass ihr entschuldigt habt. So, okay. Da wollen wir. Heart. Es ist heart, schreibt einer. Oh, da fallen ein paar Blöcke von Höhe, das ist ja cool. Skip part of level. Ach, da oben kann man was skippen? Okay, warte mal. Wollen wir gleich was skippen? Warte mal, erst mal schummeln. Nein, ich will schummeln. Nee, kann man gar nicht. Wie, 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 würde ich denn da schummeln? Geht doch gar nicht. Doch, da kann ich hoch. Doch, Tatsache. Wartet. Na komm. Wenn wir schon schummeln können, dann möchten wir uns auch gleich ausprobieren. Komm schon. Nee, ich glaube man muss von hier irgendwie rein. Aber wie, bin ich da nicht... Ah, ja, nein. Wir probieren es noch ein bisschen. Warte, wir hören gleich auf. Äh. Okay, gut. Mama, lassen wir es halt. Wir gehen einfach normal weiter. So. Tu, du. Ach ja, wunderschönes Castle hier. Also, der Level-Designer mag es wohl mit Moving Blocks zu arbeiten, wie man hier sieht. Oh, da war Lava. Da hat mich der Kommentar da ein bisschen verwirrt. Ich dachte, da wäre Boden, aber kein Boden. Es war leider die Lava. Schade, schade. Ja, played and beat it. Blablabla. So, hier, komm. Dankeschön, Dankeschön. Und das sieht auch gut vom Level-Designer aus, dieser Anfang. Das hat, das hat schön mit dem Plattformen angepasst. Nein, ich mache schon wieder gleich einen Fehler. Ach ja, schön. Immer wieder schön. Nochmal. Komm schon. Nein. Okay, das ist das Problem, wenn man schnell machen möchte. Schnell machen funktioniert meist nicht. Man muss langsam machen. Wir haben noch Zeit, ne? Ja, Zeit hier. So, rein da. Wir haben hier so, gut, gut, gut. Ne, komm, wir warten nochmal kurz. Und rein, los. So, wunderbar. Jetzt sind wir mal endlich hier. So, okay. Wow, das war knapp. Okay, da fallen die ganze Zeit also Blöcke runter. Wow. Okay, man muss ja so ein bisschen aufpassen mit den Blöcken. Wow, da war knapp. Ähm, man möchte hier nur zerquetscht werden. Secret? Wie ist ein Secret? Okay. Oh, ist hier ein Secret? Keine Ahnung wo. Äh, da kommt grad nix. Ich geh rüber. Da war grad ein Block. Okay. Und da ist eine Tür. Da gehen wir rein. In die Tür. Oh, äh, äh. Oh, nö. Oh, okay. Ah. Uh, ah, uh. Alles gut. Gut. Ah, Checkpoint. Wunderbar. So. Oh. Äh. So, okay. Äh. Ja, mhm, toll. Musste ja kommen. Ach, böse Blöcke. Aber, muss man sagen, wirklich ein wunderschönes Level. Auch vom Level Design her. Sehr schön gerade. Ah. Rübergeglitscht. Also nicht geglitscht. Ne, Mario slided. Genau, rübergeslided. Das war das Wort, was ich gesucht hatte. Ähm. Okay. Na komm. Okay, gehen wir halt so. Ne. Okay. Hohoho. Ähm. Okay. 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 So. Ähm. Jetzt, I finally made it. Nach zwei Stunden hast du nach da hingeschafft. Alter, schön. So schwer, weil er jetzt auch nur noch wär nicht gewesen, mein Lieber. Ähm. Hi. Hi. Nice level of the falling blocks. Okay. Blocks, natürlich. Ähm. Ja, okay. Ja, wir machen rechts weiter. Äh, ja. Einmal die Röhre. Dann kommen wir hier hin. Das wird mir ein bisschen ranken spielen. Oh, boah, war knapp ein Block. Ich wusste doch, da kam wieder einer. Ähm. Einfach mal rüber. Passt schon. Hi, 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 hi. Aber ich ein sehr schönes Level. Muss man sagen. So, und ein Checkpoint. So, ich denke mal, jetzt kommt ein Boss. Oder auch nicht, sondern eine O, eine Schnellpassage. Das ist ja auch cool. Oh. Nein. Oh. Äh. Äh. Nein. Das war leider nichts. Schade. Ach, das sind coole Ideen, muss man sagen. Sehr schöne Ideen. Wunderschöne. So, rein da. Und springen. Und springen. Oh, oh. Ja, okay. So. Aber wie mache ich das denn hier? So. Oh, oh. Okay. Hui. Und hier hin. Und da hin. Wunderbar. Und Röhre. Na komm, Röhre. Wunderbar, Röhre. Ähm, da kommen wir ja Blöcke. Genau. Böse Blöcke. Wunderbar. Äh. Oh, das war schon. Das war ein schönes Level, was sich auch lange angefühlt hat, muss man sagen. Also, halt eine ordentliche Länge. Und es hat ein schönes Gimmick, die fallen in Blöcke. War wunderschön, fand ich. War ein tolles Level. Das war doch mal schönes Level. Ja. So, Level beendet. Geben wir mal ein Sternchen. Das ist gut. Wunderbar. Bitteschön. Hab Spaß damit. Na komm. Nicht so lange. Dankeschön. Und jetzt hier beenden. So, damit habe ich mir damals ein schönes Level ausgesucht, vor langer, langer Zeit. So, wir haben ja noch drei Levels. Ob wir die alles schaffen, den Part weiß ich nicht. Aber wir werden es versuchen, nämlich wir machen weiter mit Donut Drop Dungeon. Drop Dungeon. Ah, wunderschöne Alliteration hier im Titel. Okay. Wieder ein Schloss. Ähm, okay. Ich glaube, ich hätte es gebrauchen können. Boah, das ist auch schon wieder so eine geile Level-Idee, ne? Das ist ja der Hammer. Äh, kommt schon. Geh mal hier die Donut Block. Dankeschön. Okay, wunderbar. Das ist wieder eine sehr schöne Idee, die habe ich so noch nicht gesehen. Ja, Pilze. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, die brauche ich auch. Gib her, gib her. Danke, danke, danke. Wo ich hätte, glaube ich, auch ohne schaffen können. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Okay. Machen wir mal so. Bisschen tricksen. Äh, brauche ich die? Ich brauche, ich brauche den. Formt in Form, es ist Formt in Form. Äh, wie soll das jetzt hier gehen? Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Jetzt ist es nicht mehr mein... Achso, ah, der Formt muss weg. Ja klar, logisch. Und hoch da. Wunderbar. Ähm, ein bisschen Anlauf. Gut. Nein. Ah, zu früh. Zu früh. Und leider keinen Rundsprung, äh, gemacht habe. Schade. Aber auch wieder hier eine wunderschöne Idee, die ich so noch nicht gesehen habe. Was, wenn wir wieder warten. Äh. Äh, best level ever, sagte einer. Okay. Ah, leider fallen die Blocker auch ein bisschen schnell. Äh, da kommt diesmal rechts. Komm, man kann auch so schaffen. Ja, siehst du, schaffst auch so. Hm. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Aber egal. So, er muss jetzt hier weg. Geh weg. Dankeschön. Na komm. Na komm. Dankeschön. Gut. Oh mein Gott. Okay. Oh, danke. Sehr schön. Checkpoint. Das sah gerade mit den Rollen auch sehr interessant aus. Äh, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Okay, jetzt müssen wir gleich schnell sein. Und los. Es war zu spät. Das war okay. War gut. Da war ich auch eins. Okay. Ähm. Oh mein Gott. Ich hab das gar nicht richtig gesehen da. Aber es hat gepasst. So, gut. Äh, herrgäu. Oh wieder. Blöcke. Oh, nein. Ah. Das hat nicht ganz gepasst gehabt. Oder ich weiß nicht, wo ihr euch hier dran springen könnt. Hm. Na gut. Nochmal. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gut. Das war gut. Das war sehr schön. Oh, das war... Ne, das war doof. Aber vielleicht ist das Kleine auch besser hier an der Stelle. Ähm. Okay, ich glaube, ich brauche die. Ja, ich brauche die. Okay. Perfekt. So. Du machst nix. Du bist einfach nur blöd. Äh. Du brauche ich dich gleich auch noch. Oh, ne. Das sieht schwer aus, muss ich sagen. Wie triggere ich den überhaupt jetzt? Warte mal. Wie triggere ich den jetzt? Na, komm schon. Musst dich triggern, mein Lieber. Wie soll das denn? Äh. Ähm. Ja. Und es wird auch immer schwerer. Obwohl es schon schwer angefangen hat. Da ist ein Leben. Dankeschön. Oh, needs one ups. Das ist eine gute Frage. Ähm. Das könnte ja auch sehr interessant werden, wenn man es richtig macht. Aber kleines doch dann vielleicht gleich wieder besser an der Stelle. Oh. Äh. Ne. 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 Links muss ich. Glaube ich gerade erst mal nach rechts in den Tod fast rein. Eieiei. So. Pilzchen. Einmal dich hier. Wunderbar. Okay. Okay. Ja, okay. Kleines. Wie gesagt. Kleines besser. So. Das hat er jetzt ja auch hier ein Leben hingetan. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm. Wunderbar. Ja. Perfekt. Jetzt habe ich hier Angst. Okay. Es kommt aber kein Form runter. Okay. Gut. So. Noch mal ein Checkpoint. Vielleicht. Nein. This part is so hard. Okay. Ähm. Ich glaube, die werde ich noch brauchen später. Ja. Die brauche ich hier. Äh. Komm ich jetzt nochmal hoch? Komm ich. Okay. Ach. Jetzt ist der Fomp ja weg. Warte. Das ist eine gute Idee, dass der Fomp vielleicht nicht mehr hochgehen kann. Äh. Ich glaube. Oh. Ah. Okay. Ähm. Der hätte schnell sein müssen. Da natürlich dann kein Wunder, dass der Part da sehr hart ist. Ähm. Ja. Gut. Pilzchen. Ähm. So. Wunderbar. Schnell sein. Hier hin. Schnell sein. Das geht noch. Das ging noch perfekt. So. Tadam. Tadam. Wunderbar. Jetzt kommen wir da oben hin. Also wir müssen schnell sein. Oh. Ich will. Sehr schön. Und nochmal machen. Hier waren die Black. Okay. Oh. Da ist auch schon hinten rechts das Ende wie man sieht. Okay. Ich war jetzt glaube ich zu hastig. Perfekt. Perfekt. Und hier ist das Ende. Perfekt. Wunderschönes Level. Wunderschön. Auch hier eine sehr schöne Idee. Also wenn man wirklich sich nachlevelt und sich umschaut. Dann findet man wirklich schöne Levels. Und ich habe gerade keinen Ton mehr auf den Ohren. Äh. Der Akku ist leer. Schön. Äh. Ich höre nichts mehr. Ähm. Ja. Dann. Ähm. Wechsle ich mal kurz hier den Kanal. Und dann höre ich einfach meine Preview weiter. Also die Preview Audio. Die ist zwar ein bisschen verzögert. Aber macht ja nichts. Okay. Ähm. Wo ich höre gerade gar nichts. Naja. Das soll ich gerade nicht stören. Wir machen noch Ghostly Mushroom. Ich gucke noch was geht es hier. Ach ne. Ich bin ja lustig. Hehe. Wenn mein Akku ja aus ist. Das kann ich ja nicht den Kanal wechseln. Äh. Ich bin schlau. Ne. Ja. Ich bin schlau. Ich bin sehr schlau. Okay. Gut. Dann muss ich halt ohne Audio spielen. Das hört sich voll komisch an. Okay. Ähm. Okay. Wir werden klein. Wir brauchen wieder einen Pilz. Okay. Das wird also so eine Art. Ähm. Puzzle Level sein. Gut. Von mir aus. Ähm. I guess das ist das Twirling Level. Hä? Ähm. Ich kann hier durch. Da ist ein Pilz. Den hätt ich ganz gerne. Komm. Jetzt bin ich doch wieder oben raus. Äh. Okay. Hehe. Gut. Mhm. Oh. Oh. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Mal überlegen. Ähm. Ich komm hier nicht raus. Nochmal rein. Ah. What? Okay. Interessant. Es ist auch eine Feuerblume. Ich, ich. Oh. Jetzt komm ich hier nicht raus. Okay. Also wieder rein. Ich höre. Ähm. Jetzt bin ich hier. Okay. Das verwirrt mich hier als ein bisschen. Aber passt schon. Was hier? Gar nichts. Doch. Leben. Hey. Leben. Kommst zu mir. Dankeschön. Geh mal hier lang. Und da hoch. Und da hoch. Mach mal hier alles kaputt. So. Höre ich jetzt auf die Pfeile oder nicht? Äh. Okay. Er sagt die Yes. Ähm. Oder war das jetzt falsch? Äh. Don't do it. It's a trap. Na egal. Oh. Da ist er dort Level. Ne. Perfekt. Passt doch. Hahaha. Doch. Ist a trap. Hä. Tom. Ähm. Ja. Man sollte doch auf die Kommentare vielleicht mal hören. Ähm. Hm. Jetzt bin ich wieder hier. Hat mir halt irgendwas gebracht? Ich glaube nicht. Oder? Wenn ich jetzt hier zurückgehe. War hier nicht noch irgendwas? Doch. Da sind ja auch nochmal. Ach. Hier ist noch eine Tür. Äh. Gehen wir mal hier rein. Ah. Guck mal. Super. Das war ein schönes Level. Hat mir gefallen. Juhu. Yay. Sehr schön. Guuuut. 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 Wir haben noch Zeit. Wir machen noch. Komm. Wir machen jetzt hier die komplette Liste einmal durch. Das freut mich. Dann kann ich mal wieder nach neuen Levels suchen. Und dann haben wir eigentlich mal hier die Eilete Liste abgehakt. So. Also. Wir machen noch zum Abschluss das Parcours Castle. Ähm. Parcours halt. Um 32% schaffen es. Mal gucken, ob wir auch zu diesen 32% gehören werden. Äh. Ja. Und los geht's. Okay. Wir haben allerdings genug Zeit. Es ist nichts mit Zeit. Einfach nur so ein Parcours glaube ich. Ja. Das sieht doch ganz schick aus hier. Hm. Hm. Auch schön mit den Blöcken angezeigt. Äh. Okay. Warte mal. Ähm. Was muss ich jetzt hier machen. Äh. Nein. Das war doof. Okay. Was muss ich hier machen. Ich muss die ganze Zeit hier einen Wandsprung vollführen. Tatsache. Das geht sogar. Okay. Das ist ja interessant. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ähm. Jetzt sind wir hier. Die langen Dinger. Aber das erinnert mich, dass ich hier so grad. Also Wandsprung ey. Das, das, die, die Szene hier erinnert mich grad an das SpongeBob Battle for Bikini Button im Spiel. Wo es ja auch so viele Wandsprünge gab, die man machen, vollführen musste. Und sehr fies auch teils machen musste. Fahrwaren. Das hat mich ganz so ein bisschen daran erinnert. Ähm. Das sieht gut aus. Ähm. Und das war schlecht. Ah. Okay. Gut. Deshalb ist das dafür da. Ähm. Ach. Verdammt. Nochmal. Okay. Warte mal. Ich glaub ich muss abspringen. Sonst geht das nicht. Ähm. Okay. Perfekt. Hoch. Soll ich hoch gehen? Soll ich wirklich hoch gehen? Äh. Achso. Okay. 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 Hier ist ein Checkpoint. Alles klar. Also. Hoch. 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 Ähm. Ach du Große Gute. Okay. Wunderbar. Oh oh. Ach du Große Gute. Eieieieieie. Ich seh schon, was das hier wird für ein Level. Okay. So jetzt hier ein bisschen schummeln. Also jetzt schön hier Wandsprünge vollführen. Äh. Wie soll das denn gehen? Ähm. Nein. Ach. Verdammt. Schade. Äh. Warte mal. Wir machen mal bis hier. Nein. Komm schon. Komm. Danke. 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 Und danke. Wunderbar. Nein. Wie soll das denn da noch umgehen? Ach du Große Gute. Eieieiei. Äh. Hm. Ja. Okay. So. Nein. Ach. Das ist. Mann. Das ist gar nicht mal so einfach. Also da haben die hier schon alle. Also. Das ist überhaupt kein Wunder. Die hier so ein bisschen ausgerasselt sind die τοiti. Äh. My thumb bit hurts. meiner geht noch so schwer sind ja ich gar nicht mal keine sterben bei der sache nur ist halt auch nicht leicht ich habe gerade noch gesagt 4 sprung der spring an der stelle also es ist machbar auf jeden fall bis auf eine leichte seite machbar wird dauert das halt mal wieder oben ist und gerade sowas hier ist dann eher so stopp soll das gehen ach man hey wie soll ich denn da machen ich muss doch aber so ein bisschen runter oder nicht my time is 400 baby das ist ja 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 gute baby nein ich möchte nicht hier hin so weiß nicht dass da geht das ist irgendwie komisch jetzt ist er nicht gesprungen das kann nicht wahr sein kann ich nicht abkürzen das ging nicht tada toll ja toll na komm schon so 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 okay mann muss irgendwie so gehen oder nicht kann ich einfach hier so hin da oben ist doch irgendwo ja da oben ist doch das ende warte mal komme ich da nicht hin mit dem 3 sprung habe ich meine da habe schon getestet aber hey ausprobieren ach da oben ist nichts oder da könnte man vielleicht hin tippt wann krieg noch mal staunt damit zu er to win okay oben ist aber nix das ist jetzt so ein so doofes doofes ding hier bei dem level sonst ist es eigentlich ganz leicht ich weiß nicht wie es gehen soll einfach nur normaler sprung reicht aber auch nicht an der stelle ja ich habe keiner wird gehen soll ich kann mal wieder an die decke ich weiß ich darf nicht an die decke kommen also muss ich eigentlich später abspringen oder aber jetzt so spät abspringen dürfte ich es dann auch gar nicht mehr schaffen oder ach wir probieren es noch mal hier ein bisschen wir haben gleich noch kommen die 200 die probieren durch das war doof spaß das ist eine gaule oder seicht und dankeschön ich bin wieder oben angekommen kann ich wahr sein muss irgendwie noch später abspringen wohl komme ich dann überhaupt noch rauf wenn ich noch später abspringen ich weiß es nicht ne 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 so ne und weil das hier ist ja hier als kein thema oh mein gott ich hab's ähm nein ich bin zu früh okay aber ich muss später abspringen gut dann dann ist es möglich irgendwie na komm schon ach komm gut und na komm danke soll jetzt spät abspringen wunderbar jetzt ja noch mal ein bisschen spät abspringen ja perfekt dankeschön danke 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 oh mein gott ich kann es noch sterben echt jetzt äh ich muss dahin ne toll komm so easy wo ich jetzt hier machen okay was muss ich jetzt der stelle da machen äh warte mal warte mal warte mal warte mal ähm muss ich einfach nur zweimal drehen da muss ich einfach ähm ähm das ist ja interessant muss ich denn jetzt an der stelle machen died and died time is now what it's so easy findste finde ich jetzt nicht hm was kann ich denn hier machen das schon mal nicht doch klar ah ja ich weiß es glaube ich hoffe ich ähm nein irgendwie ach doch ich mach's so genau so und dann gehen wir so rüber ah perfekt level geschafft juhu wunderbar noch zu 20 sekunden auf der urge gehabt äh 270 mayo sekunden sind ja keine echten sekunden oder waren es jetzt die kunden hier mal ja ich weiß ne ähm ja das war auf jeden fall unsere wunderschöne kleine lesezeichenliste ich hatte echt sieben minuten gebraut das ist schon viel schon sehr viel und ja die haben wir durch ich werde mich krumm kümmern dass wir neue levels wieder kriegen und ihr könnt natürlich auch wieder levels posten einfach in die kommentare damit und ich würde sie dann sehr gerne spielen gut leute dann will ich was ist hier von diesem part von let's play swammer maker und ich hoffe das war dabei und bis dahin sei schau pern energie tenne ciao und